SV Nord! SV Nord! SV Nord! Sonntag in Berlin. Union ist für mich ein total sympathischer Verein. Super Fanszene, die das Stadion auch selber gebaut haben. Super Stimmung. Ich freue mich darauf, Sonntag ins Stadion zu laufen und dann hoffentlich mit dem 3er nach Hause zu fahren. Ich denke, dass wir mittlerweile ein eingeschworener Haufen sind. Jeder ist für den anderen da. Jeder kämpft für den anderen. Wenn einer einen Fehler macht, dann ist ein anderer da, um ihn auszubügeln. Das hat uns im Laufe der Saison auch ausgezeichnet. Wir hatten am Anfang ein paar Schwierigkeiten, ins Jahr zu kommen. Aber mittlerweile denke ich, können wir solche Ausfälle auch gut kompensieren. Wir fahren nicht nach Berlin, um zu verlieren, um das Spiel abzuschenken. Ich denke, solange rechnerisch noch nichts entschieden ist, müssen wir gucken, dass wir noch möglichst einen Punkt holen. Und den versuchen wir Sonntag zu holen. Am Anfang hatten wir riesen Schwierigkeiten, in die Saison zu kommen. Es gab verschiedene Gründe, die wir auch aufgearbeitet haben. Und wir haben uns dann irgendwann einfach zu einer verschworenen Einheit entwickelt. Das ist ein schleichender Prozess, den wir sehr gut umgesetzt haben. Man gewinnt noch ein paar Spiele, dann steigt das Selbstvertrauen. Mittlerweile sind wir seit sieben Spielen umgeschlagen. Und versuchen wir noch, die nächsten zwei Spiele das so zu lassen. Es verlorent! Es verlorent! Es verlorent! Es verlorent!